Ja, grüß euch! Wir sind heute in der Kastners Hofkreislerei in Anif und ich packe heute ein Salzburger Genusskisterl. Die Besonderheit daran ist, dass da wirklich nur in diesem Kisterl Produkte sind, die in Salzburg produziert werden. Sie sind gekennzeichnet mit dem Salzburg Herkunftskennzeichen und so vielfältig wie die Salzburger Landwirtschaft ist, so vielfältig sind auch unsere Kisterl. Das Salzburger Genusskisterl gibt es nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen Partnerbetrieben. Diese findet ihr auf der Homepage von Salzburg Schmeckt und ich da sage, das ist das perfekte Geschenk für jeden Anlass.